Ex-Nationalspieler Mit nur 33 Jahren ist Marcel Janssen neuer Präsident des Hamburger SV. Auf der Mitgliederversammlung setzte sich der ehemalige Profi deutlich durch. Marcel Janssen, 33, ist neuer Präsident des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Die ehemalige Nationalspiele setzte sich bei der Mitgliederversammlung gegen den ehemaligen Schatzmeister Ralf Hartmann, 54, durch. Ex-Präsident Jürgen Hanke, 75, zog seine Kandidatur kurz vor der Wahl zurück. Janssen erhielt bei der Abstimmung des Gesamtvereins am Samstag 799 Stimmen und damit deutlich mehr als sein verbliebener Kontrahent Hartmann. Zwischen 2008 und 2015 spielte Janssen für den HSV und beendete anschließend im Alter von 29 Jahren seine Karriere. Wir brauchen eine Leistungskultur in unserem Verein. Es reicht nicht, nur an unserer schönen Stadt zu leben, sondern wir müssen auch erfolgreich sein, sagte Janssen und rief zur Geschlossenheit auf, es muss endlich Schluss sein mit Lagerbildung. Janssen erhält durch seine Wahl zum Kluboberhauptkaffee-Einsatzung auch einen Sitz am Aufsichtsrat des Fußballclubs und hat damit direkten Einfluss auf die Fußball AG, an der der HSV eingetragene Verein mit 76,19 Prozent größte Anteilseigner ist. Seit knapp einem Jahr ist Janssen aber ohnehin Mitglied in dem Kontrollgremium. Thomas Schulz, Vizepräsident, und Moritz Schäfer, Vizepräsident und Schatzmeister, behalten ihre Posten im Präsidium des Vereins. Das Präsidentenamt im HSV eingetragener Verein war seit dem 19. September vakant, nachdem der erst vor Jahresfrist gewählte Bernd Hofmann, 55, zum Vorstandschef der verschuldeten HSV-Fußball AG berufen war. Die Hans-Eaten schrieben nach dem Abstieg aus der Bundesliga zuletzt zum achten Mal in Folge rote Zahlen, das Geschäftsjahr 2017-18 wurde mit einem Minus von 5,8 Millionen Euro abgeschlossen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 85,4 Millionen Euro, vor Jahr, 105,5 Millionen Euro. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team